Ideal präsentiert Den Schreibtisch Aktenvernichter 2260 Mit Automatikmodus und 220 mm Arbeitsbreite Der laufruhige, energieeffiziente 150 Watt Wechselstrommotor vernichtet bis zu 13 Blatt im Streifen und bis zu 7 Blatt im Partikelschnitt Unsere Präzisionsschneidwerke mit gehärteten Vollstahlmesserwellen stehen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit mit 30 Jahren Garantie Als Eingriffsschutz und zusätzliches Sicherheitselement dient unsere transparente Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung Der hochwertige Auffangbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige hat ein Volumen von 20 Litern Ideal Qualität made in Balingen